Wenn die Familie zu mir, die Kunde mit dem Wahlermann jagen, dann muss er nicht mehr, aber die will er nicht mehr geben. Wie kann man ihn mir ausziehen? Nein, so richtig schnell meine ich. Zwei. Eins, zwei, drei. Wenn die Kunde mit dem Wahlermann jagen, dann muss er nicht mehr geben. Wie geht das eigentlich? Hallo. Wieso? Wie geht das denn? Seit zwei Monaten kein richtiges Video mehr gedreht. Du Mann, du Schritt. Leute, es gibt Gründe dafür, die wollen wir jetzt nicht nennen, warum keine Videos... Aus Gründen. Warum? Ja, aus Gründen. So Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal. Wir wenden uns zurück. Geil. Und ab heute gibt es kein Zurück mehr. Ab heute, Leute, wieder jeden Sonntag 15 Uhr ein neues Video. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind zurück mit einem Batschert-Telefon-Prank. Und Leute, der nächste Telefon-Prank wird wieder ein Telefon-Prank an Abonnenten sein. Schreibt wieder in die Kommentare, Glocke aktiv und euren Instagram nach. Dann schreiben wir euch bei Instagram an. Und beim nächsten Telefon-Prank seid ihr vielleicht dabei. Vergesst nicht, spammt so viele könnt. Ja, man. Spammt und abonniert mich bei WhatsApp. Wuuuuh. Was ist hier los? Hallo? Was geht? Nix bei dir? Ich stehe draußen, ich bin 20, ich höre sie für Musik. Ehrlich, was hört ihr so für Musik? Warte mal, ich habe einen Elefanten im Hals. Deutschrap. Deutschrap? Und du? Ey, kannst du irgendwas vorrappen für mich? Kannst du so Double-Time? Oh, da bin ich gespannt. Ich liebe Leute, die Double-Time können. Das Ende vom Lied. Ich hole mir die Kuhle mit dem Ballermann und jage deine Mutter mit der Gang und sie fick in Miami. So, ich habe nichts verstanden. Was hast du gesagt? Deine Familie, ich hole mir die Kuhle mit dem Ballermann und jage deine Mutter mit der kriminelle Bodybuilder, komm in deine Villa mit der Gang und sie fick in Miami. Kannst du das nochmal machen, bitte? Nein, so richtig schnell, meine ich. Ja, mach mal nochmal, weil ich finde das voll interessant. Kannst du nochmal langsam machen? Ich habe nichts verstanden, ich habe nichts verstanden. Dann einmal bitte. Ganz langsam? Ja? Wow, voll gut. Das ist das Ende vom Lied. Ich hole mir die Kuhle mit dem Ballermann und jage deine Mutter mit der kriminelle Bodybuilder und deine Villa mit der Gang und sie fick in Miami. Ach so. Und jetzt nochmal richtig schnell. Versuch mal, so schnell du kannst. Ich stopp die Uhr. Die Zeit. Okay, eins, zwei, drei. Das ist das Ende vom Lied. Ey, verkacken. Boah, aber voll gut. Kannst du es nochmal machen, bitte? Also jetzt ohne zum Verkacken, Schatz. Okay. Eins, zwei, drei. Boah, das waren dreieinhalb Sekunden. Schaffst du es denn? Drei Sekunden? Nein, das ist schon wie mit. Also einmal, so schnell du kannst. Ich fahr so schnell wie ich kann. Wenn ich es richtig schnell mache, dann... Ja, versuch mal, mal gucken. Bin ich gespannt. Und los. Ich will dich nicht hochnehmen. Zwei. Eins, zwei, drei. Denk, wo ich komme, können wir noch mehr haben. Ja, guck, kann ich nicht. Boah, voll gut. Hast du auch deinen Schrapp? Ja. Was denn? Was? Was denn? Roberto Blanco, Heidi Klum, Günther Jauch? Mein Rapper. Achso. Ähm, Kapital Bruder? Okay. Farid Stan? Okay. Miami Jones? Miami Jones. A, B, E, Z. A, B, E, Z. Ja. Nein? Ey, du bist voll gut. Warum bist du nicht Rapper? Ich bin Rapper. Also ich bin Newcomer. Bist du Newcomer? Ey, wie heißt du? Oh, ich liebe Rapper. Büniboss. Miniboss? Büniboss. Miniboss. B-U-N-Y. Also Büni. Achso. Büni. Der kleine Büni? Also mein ganzer Name ist Bünjamin. Bünjamin. Mit Ü. Ja. Hab ich ja noch nie gehört. Ja, ist ein türkischer Name. Türkischer Name? Darf ich dich Ibo nennen? Was? Darf ich dich Cengiz nennen? Ja, warum? Ey, bist du der Neffe von Onkel Abdu? Nein. Woher kommst du? Aus Kirchrode? Aus Bon. Hä, da musst du Abdu kennen. Was? Der Cousin von Sulhattin. Was sagst du? Die haben doch ein Obstgeschäft. Neben Erginmarkt. Keine Ahnung. Der hat doch ein neues Auto. Ja. Kennst du Beidam? Ja. Jetzt, sag mal, wie heißt der nochmal Benjamin Blümchen? Soll ich jetzt bei YouTube eingeben? Nein, Büniboss. Warte. Büniboss. Beide B, also alle Bs im Namen groß geschrieben. Mit Y und H. Was? Bünja. Büni, also B-Ü? N-Y. Ach, N-Y. Und dann? Boss. Ohne Leertaste. Boss mit Leertaste. Ohne Leertaste. Mit? Oder ohne? Ohne. Ey, du spielst ja nur Fortnite. Ey, nein. Aber hier ist Büniboss.tv. Das bist du nicht, ne? Nein. Hier ist ein Kackhaufen. Bist du das? Was? Hä? Nix. Ja, aber das findet man schwer auf YouTube. Ja, aber das ist auch nicht schlau. Mach den. Kannst du noch mehr rappen? Oh, ich finde das voll interessant. Also ich kann, ich habe versucht, einen Text zu schreiben. Aber da bin ich bei Haus stehen geblieben. Da ist mir nichts zu Haus eingefallen. Haus mit Leere Maus. Oh, ich bin so blöd. Stimmt. Ey, ihr seht. Ey, du riechst dich so. Kann ich dir ein Wort geben und du rappst dann? Ja. Pfandflaschendeckel. Was? Pfandflaschendeckel? Zu spät. Das dauert mir viel, viel zu lange. Voll blamiert, ne? Schnell weg, ihr da. Ja, schnell weg. Irgendwie fällt nichts ein, ey. So, Leute. Wir müssen heute mal ein bisschen wieder warm werden, ey. Mit dem Telefon-Prack, ne? Das war ein kleiner Vorbeschmack. Was noch folgen wird, vergesst nicht zu abonnieren, Leute. Glocke aktiviert und kommentiert fleißig. Da hat so recht, ey. Wir haben noch viel krasser Ihre Telefon-Pracks geplant. Folgt uns bei Instagram. Hier sind wir unseren Haarbrun. Und merkt euch eins. KTV ist die Gang. KTV ist die Gang.